Hallihallo, ich grüße euch hier lieben Goldies. Ich bin mal wieder unterwegs zum Goldwaschen, was auch sonst. Ja, das mache ich als erstes. Ein bisschen prospektierend. Ja, genau. Den Bereich hier vielleicht mal ein bisschen anprospektiert. Genau, erstmal eine schöne Stelle suchen und dann geht das los. Da hinten ist auch schon mal Schwarelein, der ist auch wieder dabei. Ganz klar. Ja, also, bis gleich. So, ich habe mal ein bisschen Material hineingelassen in die Rinne. Mal gucken, dass es schon was gibt dort in meinem ersten Testloch. Abonniert. Musik 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 Ein ganz, ganz kleines Musik Weiter geht's, auf zum nächsten Musik 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 Zitzen. Das war's für heute. Vielen Dank. Die Osknoten oben. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Zitzen. so mache ich mal voll und dann gehen wir mal zur rühne schau wie man das euch nein Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020